Das Spiel findet in einem so ungefähr modernen Tagesjapan statt, aber auch irgendwie nicht. Ja, jede Ähnlichkeit mit echten Sachen blabla ist einfach nur zufällig. Versuche keine der extremeren oder depressiven Aktionen, was? Ja, manche Szenen sind Epilepsie-Warnung und Psycho-Warnung und bitte mach eine Pause, wenn es dich mental kaputt macht. Ja, es ist einfach nur Fiktion. Du hast die Warnung richtig gelesen, ja? Versprochen, klar doch. Datte 1. Tag 1. New Game. Willkommen. Noch gar niemand. Wir haben gerade nur eingerichtet. Also, got the stream account, click on stream. Was? Oh, siehst du, ich hab ne Kerze an der Maus. Oh, klick login on the top left. Got the stream account. Zeit, dich einzuloggen und fertig zu machen. Angel Kawaii 2. Okay, Angel Kawaii 2. Wow. Hä? Oh, Wawaii. Upsi. Ich scheitere jetzt schon. So, jetzt. Hallo, Wunderkatze. Ja, ich hab, ich sehe, du hast dich eingeloggt. Das wär's. Und das ist, wo dein für immer beginnt. Wir werden zusammen sein, egal was online passiert. Egal, ob ich sterbe oder ich festgenommen werde. Ich breche oder ich erstochen werde oder geflamed werde oder Gott werde oder ich verrückt werde. Ja, also, das Internet ist schrecklich, ja? Das wissen wir. Geboren aus der modernen Society, Gesellschaft. Aber auch dann, ich hab, also, trotzdem hab ich keinen anderen Platz, wo ich hin kann. Ich bin raus wohl. Ich hab Probleme, aus dem Bett zu kommen morgens. Kennen wir, glaub ich, alle. Ich will nicht raus. Ich will keinen gescheiten Job. Ich hab Angst vor anderen, ähm, Leuten. Erwachsene pissen mich komplett an. Ich bin dumm. Aber es wird trotzdem, dass mich alle mögen. Mich alle anhimmeln. Und Streamers sind die Leute, die am meisten angehimmelt werden. Und deswegen möchte ich ein Streamer werden. Ja, danke, dass du alles für mich eingestellt hast. Und, ähm, meine Streaming-Software, bla bla. Jetzt geh weg, Katze. Ähm, ich bin Pichan. Pichan? Pi, 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 Pi. Wenn ich dir eine, ähm, Nachricht schicke, kannst du deine eigene, ähm, Antwort wählen. Wenn, äh, wenn die Zeit kommt, stell sicher, dass du lange und hart darüber nachdenkst. Ich will P-P-P-Pichan. Ja, du bist mein Pichan, weil du so perfekt für mich bist. Hallo, Kimi, Ron. Wie trau ich dich? Entschuldigung. Ähm, ich meine, du bist die einzige Person in dieser Welt, die, ähm, mich versteht und mich unterstützt. Und du bist meine eine wahre Liebe. Und du bist auch so ein bisschen wie mein Produzent, also passt das. Du bist ultra, ähm, klug, ja. Im Gegensatz zu mir. Und du kannst mich führen. Dein Glas, vielen, vielen Dank für die sieben Monate, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ähm, du kannst mir alles erzählen, was ich tun soll und ich werde es machen. Lass uns das tun, 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 lass uns das tun. So. Ey, Dankeschön, Lars, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Oh, fast Zeit. Mein Make-up sieht gut aus. Ich habe meine Perücke. Perfekt. Auf geht's. Es ist Zeit für meinen ersten Stream. Und los. Während jedes Streams kannst du, ähm, nervige Kommentare, werde ich jetzt Motto oder was? Ähm, und. Was? Zwei farbige Kommentare? Ähm. Was? Ich habe nicht mitgepasst, äh, aufgepasst. Nice, cheery greeting, cute. Ja, sehr schön. Sehr schön. Das ist ein guter Kommentar, den mag ich. Ja. Ja. Oh, ein neuer Streamer, finde ich das auch okay? Cute, ist okay. Ja. I'm OMG Kawaii Angel, but you can call me K-Angel. Klar. God, you're so fucking cute. Also, ich finde das schon ein bisschen, also das, ich finde das bedenklich. Aber okay. Weird name. Finde ich scheiße. Oh. Fand ich okay. Ray of light illuminating the chaotic internet of the day. Hallo, Leute, hört auf, Ausrufezeichen, Fragezeichen zu machen. Das mögen wir nicht. Ja? Overexcited Rambler, auf geht's. Was? Blue Hedgehog. Mach mal schneller hier. 197 hat die schon. Beim ersten Stream. Hallo, machst du auch was? Kann ich auch was schreiben? Hallo. Adam FAO. Bringing happiness to the nerds floating. Was? Oh boy, here comes the nerds in the comments. Promise of future peace. I'm a little manic. Manic and moody, but it's alright. Ja, klar. Also, wirklich. Don't go depression on us. Go to... Das ist nicht nett. Das fand ich nicht nett. Okay? Zur Therapie muss ich nicht, ja? Das sagst du vor allem nicht im Internet in einem Kommentar, ja? Das können ihre closest friends sagen und so. Oh, was ist mit dir? Ja. Oh, was? Das soll weg? Wieso kann ich nicht löschen? Hä, was? I've got to be one of the cutest streamers I've seen. Okay, I don't hate this. Save me, please. So, when are you going to show us your... Was? Hä, wie, das macht ihr Stress? How much pressure I'm feeling? I might start acting weird if it's... Ach so. Ach so. Wenn's zu hoch wird. War gut. I've got my support. Ist gut. Was ist denn jetzt mit denen? Ich war nicht fertig mit dem Tutorial. Ja, es ist noch viel, was ich lernen muss. Klar, 199. Guck mir zu. Warte, du machst, was ich stress. Du bist auch Mordlurker. Dream big. Hä, warum kann ich nichts mehr machen? Brexit-Gamer, dumme your favorite, stay away, please. Das waren wahre Worte. At the end of the stream, I will respond to the comments you chose. The fans love that. Aren't I so kind and generous? Tweeter. Oh Gott, nicht auch noch Twitter. Oh Gott. Ähm. Guten Abend, Valentina und Valentin. Tausend! Hi, Lunalie, ein Herz. Das geht mir zu schnell. Stopp jetzt mal. Ich hab nur Stream zu führen. Dankeschön. Awesome für die 200 Witz. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und hallo, Awesome. Hadi, hallo. Äh. Alter, tausend Follower einfach so am ersten Stream, klar? Find these hands up on the world. Ach, wie ich meine. Oh, ich zitter immer noch. Ähm, wir haben tausend... Was, Subscriber? Aber das ist nicht genug. Ich will noch mehr Leute, die mich anhimmeln. Wir fangen gerade erst an. Ich brauche eine Million Fans, um meinen verzweifelten Need zu befriedigen. Wir werden das innerhalb eines Monats schaffen. Klar. Eine Million, klar. 1.000? Die Waren bestimmt teuer, Lunalie, eine Abwehrstunde. Danke, Leuka, für die 140. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ähm. Wir müssen es innerhalb von einem Monat schaffen. Das ist meine Motivation. Also, lass uns den Monat nutzen. Wir machen Kay Angel zur Biggest Streamerin der Welt, wenn wir zusammenarbeiten. Ich weiß nicht. Aber Zweifel, so viel du willst, wir werden es trotzdem machen. Ich hoffe wirklich, dass wir das schaffen. Ich zähle auf dich, Pichan. Hallo, Blue Screen. Ich werde zerbrechen, wenn du mich zu sehr drängst. Aber wenn das passiert, können wir einfach das Internet zerstören. Ah, ja, jedenfalls. Also, ich zähle auf dich morgen. Das Sailor Moon im Hintergrund. Das Card Cup, das ist der Kur. Hey. Das geht mir alles zu schnell. Jetzt chillt doch mal. Guten Morgen. Das ist mein erster Morgen als offizieller Streamer. Ja. Ähm. Oh, ist schon Nachmittag. Hahaha. Ich bin einfach keine Morgenperson. Ja, ja. Naja, auf jeden Fall, unser Ziel ist die Millionen. Wir müssen noch 99.000 machen. Naja, minus ein, ne? Ähm. Aber lasst uns klein anfangen und erstmal die 10.000 an Lauf nehmen. Das schaffen wir sofort. Donation Goal für Poolstream. Das ist ein guter Vorschlag. Schreibt mir das gleich mal. Dankeschön, Locker von Hohe. Ja, du weißt, allein bin ich komplett nutzlos. Also musst du mir erzählen, was ich jeden Tag machen soll. Ich weiß, dass du die richtigen Entscheidungen für mich triffst. Also werde ich alles tun, was du mir sagst. Wirklich. Ich habe komplettes Vertrauen in dich, Pichan. Ich werde allem folgen, was du mir befehlst. Und ich werde dir versprechen, ich werde die beste Streamerin. Weil wenn nicht, werde ich zerbrechen. Das war ja für sie, aber ihr teilt euch ja das Fenster, Lunali. Ach so. Ach so. Okay, Lörker. Ich dachte, ich soll es weitergeben. Dankeschön, Fiona. Dankeschön. Was? Oder ich könnte dich selbst brechen? Warte mal, ich glaube, ich gehe trotzdem erstmal. Ich glaube, ich gehe trotzdem auf die Seite. Ich glaube, das ist trotzdem besser. Dafür mache ich das ein bisschen kleiner hier. Ja. Best Streaming kann ich werden. Wow. Ich muss die mich auch nicht noch unterstützen dabei. Haha, ja, könntest du. If there are no options for you to choose, you can select a sticker to send back to me. You don't want to be one of those Pupel, who leave their girlfriends on reach. Do you? Hallo forever here. Schick mir mehr. Klar. Da. Mehr Mühe. Einige. Diese Ausrufezeichen und Kommande means that you will be able to find new IDs for content. The Command and you feel a bit lost. Try clicking on it. Was? Ausrufezeichen? Ich sehe keine Ausrufezeichen. Ach da. Oh. Sorry. wie du kannst mir vergeben you never leave your awesome klar niemals liebe filmer ja liebe filmer ich sag doch valentinstagsspiel im chat zu erfolgreich es tut mir leid ich dachte ihr wollt vielleicht den chat lieber lesen so fertig reicht jetzt auch wieder nervlich was den 18 ist unsere dings ach wegen leihen das koreanische spiel manager people are looking at my social media streams the more people watch the more they fulfill my need for approval our goal is to make this number as big as possible weil dieser stück klar machen wir doch gerade webcam wieso darf ich sie eigentlich beobachten kann ich kann ich dir irgendwie ein bisschen was naja gut hangout sleep new idea incoming was liebt und das nee lass mal wir schlafen jetzt noch nicht kein bock zu schlafen medication ja klar wir nehmen keine nein nein ich habe alle pillen genommen overdosed okay dankeschön dominik für die fünf abgifts vielen vielen dank danke fürs abgift und wächter von ictrasil in zennig project der bach kippo amai und rob der wischmuck vielen vielen dank dank ich wollte eigentlich weg drücken ich bin so müde ich will einfach nur sterben aber ich kann nicht oh mein gott was we can only stream once with the idea we get from command marker if we stream with a low level idea will be able to find another idea yeah okay klar no fear no pain a few pills before i go live nine 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 spare me the tears nine enough nein 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 ich glaube die oh tonight so got a bunch of letters in the mail that say something about taxes and the national pension this one of those things that i have to pay yep stream and get some more follow yeah man so wie stream jetzt hör auf mich zu zu sparen feeling great so erst mal pillen nehmen also change the speed of my stream just thought that maybe you'd like to fast forward was ja machen wir ja cute you are my was stop mal ihr seid viel zu schnell you are my god you look like you're in a good moon happy k angel best k angel ja ja klar oh wait i get it was denn you ha da ist sie nicht kimi bitte nicht so viel bitte nicht so viel dass das ist schon fast spoiler hallo jetzt jetzt mal ein bisschen schneller hier ja ihr seid echt langsam 261 leute und keiner schreibt schon braucht uns immer nicht sein richtig hallo leute macht mal schneller hallo leute die schreiben alle immer auf einmal she's freaking me out nee das ist nicht nett da hat alles ist richtig oh das wollte ich nicht löschen sorry stop wir sind so don't go das das man jetzt kann ich mich die second break but wire sogar tons of energy i'm gonna stream till the sun comes up ja genau schön ja mach jetzt mal schneller tschüss war ein cooler stream und so oh gott der stress oh gott oh the high is hitting me i feel so hyped everyone could come to my stream jetzt sag doch nicht dass du high bist ich habe das gelöscht mental darkness adi das geht schon wish i could stay like this forever i can see the time geh weg brauchen wir nicht scheiß auf social media go to tomorrow rocki die musik ist gut e-mail lieber pi oh gott mach mal weg ich bin seito von xy creations unser letzter telefonanruf und so oh gott wir müssen miete zahlen bis zum zehnten haben wir oh oh klar hä was ich kann nichts machen ja ist mir egal brauchen wir nicht scheiß auf miete zahlen jetzt geh mal weg man die nervt mich need to pay all rent by day ja ja wir müssen bis zum zehn unsere miete zahlen wir sind komplett arm wir müssen nur unseren content monetarisieren danke für den high train dankeschön kein schoss 10.000 follower let's go klar auf geht's ja klar ok tschüss das sind internet social media oh gott die menschen dagen es geht bei social media hoch das verstehe ich videos streaming klar kommt dann geht ein stress ein bisschen runter jetzt hat stress also jetzt lass mich in ruhe ich will jetzt jetzt hör auf mit mir zu schreiben die nervt mich kids anime girls idol journey okay klar jetzt anime und stream ja natürlich macht doch nervt mich nur nicht die kann nur nacht stream nur den strom soll es nicht richtig und internet innen ist auch wichtig hangout was können wir machen die procedure miss out und streaming okay wir machen doch kein buch aber wir verbringen ein bisschen zeit jetzt vielleicht having 107 was 174 1539 site tweeters ein bisschen was 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 mache ich hier eigentlich danke dass du immer so nett zu mir bist ja klar so eine scheibe von die abscheiben genau abschneiden und ab und zu mal nett zu meinem kleinen nerd sein aber du bist immer noch der den ich am meisten liebe okay keinen grund eifersücht zu werden ja klar so love forever aber wir gehen jetzt so wir stream jetzt so das macht stress hoch gott die mental darkness geht aber hoch aber es ist also aber da liebt die mich nicht mehr stopp die kann mich nicht mehr lieben das machen wir nicht aber die follower gehen hoch komm wir bumsen danach einfach mit ihr dann passt es schon klar biebern und aus Versehen auf stream start drücken ja dann aber dann wird er gebannt mit uns wir sind ja nicht sie so hey cuties i hope all you nerds are going through it today i'm really going to was i want to die nein hier wird nicht gestorben hier wird nur positives geschrieben ja ich bin keine doch bist du lass mich in ruhe you're also good for always trying so hard okay if you're jobless just being alive is enough wow ist okay wenn ihr keinen job habt ihr müsst einfach nur am leben sein my girlfriend mary wie kann ich das alles löschen hey 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 die ist nicht jobless ja ja sie gibt sich mehr als alle von unten du hast recht du hast recht warum gibst du den da sag mal bist du doof und der gucken 383 leute zu not if i die if you worries now hört auf hört auf wir haben gute laune im chat ach hör auf am lieben sein und donaten deswegen ist ja wichtig dass die jobs haben wir müssen miete zahlen leute knutsch okay jetzt mach mal schneller liebe ja ist nur halbe miete ja aber ist schon mal die halbe miete hallo was das dann stirb nee ein thank you kiss genau so liebe ja thema thank you for the super tattoo thank you kiss for you okay ist youtube eindeutig ist eindeutig youtube super zeit gibt es glaube ich nur bei youtube 5663 follower wir haben dreimal gestreamt hat mehr als ich blöde kuh ich hasse sie jetzt schon die schlafen und nervt mich nicht mehr also ihr stress ist ein bisschen hoch und ihre mental darkness auch day 4 müssen wir am zehnten müssen wir die miete zahlen ne eigentlich haben wir keine zeit für dich go out shinjuku wir müssen auf jeden fall unsere affection wieder ich glaube wir machen einfach mal was mit ihr stress affection na das macht halt ihre mental darkness weg ne aber auch nur sechs stück ja wir spielen jetzt kommt die weg minus 4 stress plus zwei wir müssen auf jeden fall beliebter sein hallo tobi ich kann hier nichts schreiben sorry it's a good game humans will burn to play ja ja genau sie will let's play machen okay klar okay machen wir ist besser hangout dein stress muss noch runter mädel ne so geht es nicht mehr part part jetzt geh weg ich muss part part machen hat man dieses kack twitter nervt mich also vollbild machen jetzt geh weg keiner mag twitter sie will auf jeden fall dass es geht das geht halt ein bisschen arg hoch ne die veronika 69 67 gamer girl ja wir machen gamer girl die wird ein gamer girl so das gebe ich mal ich weiß nicht also ich glaube nicht dass wir das heute nur spielen und games ja mach weiter schneller meine liebe geht raus an alle die valentinstag hassen kleiner als drei dankeschön für die 33 monate mit sich vielen dank für den reset dankeschön vielen vielen dank dank wir hassen weiterhin zeitlich wir haben eine freundin das unsere freundin ich habe noch gar nichts verstanden ja wir stream eigentlich nur eigentlich wir sind nur der typ den sie verarscht you look like you suck it games okay erzähl mal was ist das geh weg so boring oh hallo ist nein jetzt stopp stopp ich bin noch nicht so weit ja das muss weg weine ich so silly haha yep there it is folks you're alright oh i see as long as you're enjoying yourself okay was sagst du ja was sagst du dazu and now as you go around being arrogant to strangers on the internet you must suck it live oh den muss ich mir merken der ist böse boah der war fies der war gut only three situations where it's appropriate for women to cry okay erzähl mal welche drei situation wenn du ähm sitzen gelassen wirst wenn du deinen geldbeute verlierst und und wenn deine lieblings kinder flash games abgesetzt werden 1133 beim vierten streams hey geh nicht was er rumscher freigeschaltet flatline thank god is just a game warum geht die einfach warum geht die einfach warum geht die denn einfach los jetzt also ich habe keines gibt frames also ja ja passwort bla bla nochmal ich bin jetzt lieber zu ihr ja ich werde jetzt auf liebe spielen dann fliegen wir halt aus der wohnung aber wir fliegen zu zweit sorg aber ihr stress und das war doch alles gar nicht so hoch ja ja du ich weiß schon ich weiß schon ja 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 bla bla lass uns geben so ich bin gut da drin ich bin der beste mod ja weird name finde ich nicht gut geh weg das finde ich auch übrigens nicht gut so was schreibt man nicht man lacht auch nicht und hör auf die nerds zu mobben ja so geht alle weg ich mache ihren chat einfach ich mache ihren chat einfach komplett sauber die titten werden nicht gezeigt ja 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 okay so gut ich kann eh nichts machen gut so ja du bist voll krass ja ich weiß wissen millionen jaja klar ich bin einfach nur nett von äh zu dir so keine euter keine euter ich brech dich sorry ich brech dich nicht so jetzt geh weg ich hab ja ich hab keinen bock mehr auf dich so wir hängen jetzt erstmal out wir verbringen zeit sehr schön also unsere faction wird einfach wir werden einfach steigen ja wir sind die krassesten sie wird uns lieben sie wird uns einfach nur lieben so wir verbringen bisschen zeit also so schlimm bin ich noch nicht lasst da würde ich noch mehr da würde ich auch alle positiven kommentare das ist meine freundin okay cat now i can't do anything miau miau was i'm a cat now i can't do anything miau miau was ist mit dir ja ich liebe dich auch so ja ich liebe dich auch man so und jetzt kriegen wir ja dein stress ist bei sieben deine mental darkness ist voll okay wir machen jetzt sexy stream nee sexy stream machen wir nicht mehr das finden wir nicht gut chat and chill chat and chill macht viel mehr stress als das komm wir machen jetzt los sind wir nun mod bei ihr oder sind wir ihr mod wir sind ihr mod und ihr freund zumindest tut sie so als ob wir also wir können zumindest bummsi bummsi machen so ja ja ist schon okay danke so first time never gets old show so what you've got ja 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 ist alles gut mach weiter i love video games everyone streams jetzt hör auf zu nerven ja nur weil es jeder macht heißt es nicht das langweilig ist dann guckt sie halt nicht bei jemanden hier das dem fang ich gut den spruch darauf going on but i like it mach das weg was denn das weinig so das war auch okay besser als das da kann ich nicht mehr okay gut weh die verlässt wieder ihren raum ja kann ich hier irgendwas kann ich irgendwas drücken komm du bist toll also ich möchte übrigens nicht die miete zahlen weil die miete scheiß drauf ja wir brauchen keine miete okay also ihr schuld care sorry jetzt schreibt sie nicht was hast du da hat ihn fidget spinner take two once per day keine floppy ihr geht es noch gut ich bin eben noch keine pillen kommen wir gehen mal irgendwo hin was machen wir ja auf geht's second hand books da bin ich dabei kommt ich dachte ist schon wieder aufgestanden und einfach gegangen jetzt weg liebe raus zu gehen cool ihr liebe so jetzt kannst du wieder stream ja guck mal du bist total ungestresst mach einfach mal ein chili-mili okay und danach danach rumsen wir so also ich bin noch nicht so begeistert sie ist ein bisschen müde dann schlafen wir halt mal sie mag mich nicht mehr warum mag die mich nicht mehr du brauchst mehr followers aber du bist müde dann schlafen wir jetzt schlafen macht mental darkness runter das ist okay ja machen wir das schlaf einfach mal bis zum stream so wir sind fertig mit schlafen ich kann nicht glauben dass du mit mir zusammen bist ist es weil ich cute bin ich bin traurig schreibt sie nicht mal was drauf okay aber ich will nicht dass du ein sexy stream machst nee wir haben jetzt bekommen wir es wie wir bumsen wir bumsen ja wir bumsen komm was taken okay klar doch ja hier geht's voll gut okay spiel so verwirrt ja finde ich auch so was nehmen wir denn internet ja du brauchst ein bisschen du brauchst eine neue idee was ist das denn wir posten irgendwas interessiert mich nicht was du mit deinen fans zu tun hast wie sie mag mich weniger dadurch warum ist ihre mental darkness hoch ja geh weg jetzt ich mag dich nicht mehr verstehst es einfach nicht ich mag dich nicht mehr du machst nur was du willst ich will eine katze making you take care of it all das antwort die einfach die gleichen dinge ich habe liebe gemacht ja und sie mochte uns davor noch mehr jetzt nicht mehr so aber hey ich will auch keine medication nehmen was dinder wir finden wir den also ich finde er sieht sehr sympathisch aus oder top ne finde ich auch wir müssen streamen wir können nicht sind da warum haben warum durfte ich warum durfte ich nicht streamen du hattest jetzt zwei tage frei jetzt jetzt muss jetzt wird es besser oder hier liebe und jetzt heute streams aber wieder ja wir brauchen irgendwas wir müssen mit ihr was machen wir spielen ein paar spiele und benefits so schön ja geh weg die muss mich wieder mögen die mag mich gerade zu wenig ich bin ehrlich die mag nur Du musst sie mir bezahlen. Hä, sie soll für mich Geld ranholen. Chat, wollen wir das noch weiterspielen? Oder soll ich es noch mal probieren? Oder sollen wir ein anderes Spiel probieren? Nein, bitte nicht erklären. Bitte nicht. Also wenn möchte ich selbst drauf kommen. Die ist ja schlimmer als Bläm, Bläm. Das ist schwer als Sorgsos. Wie eine IOS-Freunde. Ja, das ist jetzt ganz schlimm. Wir sind hier alle am Valentinstag, ja? Wir haben sowas wie Beziehungen nicht. Noch eine Runde, okay. Noch eine. Okay, einmal noch. Das will ich nicht sehen, geh weg. Ja, cool. Jetzt ist es aber auch schon wieder falsch. Jetzt ist es aber auch schon wieder komplett verzogen. Wartet, ich mach wieder. Ich bringe die jetzt auf diese scheiß 10.000. Ich glaube, ich bin einfach zu langsam auf die 10.000 Follower. Ich kacke jetzt auf die. Ich kacke jetzt auf die. Los. Die kriegt jetzt ihre 10.000 Follower und dann ist gut. Kawaii. Auch Angel Kawaii. Doch. So, jetzt aber. Mehr ist voller braucht man nicht. Richtig. Ich bin ja in der Ziehungsstelle. So. Ja, ja, ich weiß. Ich bin toll. Du liebst mich. Ich weiß. Weird name reicht dir, dass ihr davon Stress kriegt. Okay. Lass die Nerds in Ruhe. Gelacht darf heute werden. Stopp. Namen haben. Na ja, die, also. Okay, Angel ist doch auch echt schön. Also. Ich verstehe schon, warum sie den Namen gewählt hat. Sag mal, Chad. 191 und schreibt einfach niemand. Holland. Gar keine Brüste. Heute ist das andere Spiel. So, haben wir es jetzt. Dann sag halt auch was dazu. Jedes Mal kurz Pause von der Musik gekauft. So schlimm ist sie ja nicht. Okay. Okay. Wieso muss, also wieso sagt sie irgendwas zu Backseat-Gamern, wenn man erstmal freischalten muss, dass sie Let's Plays machen kann? So, Twitter, geh weg. Okay. Ja, du bist echt toll. Du bist, wow, wow. Ja, ähm, ich weiß nicht, aber es ist okay. Was er wohl meint. Also, er meinte natürlich nichts Unanständiges. Ich brech dich. Liebe. Okay. So. New Idea. Pre-Stream-Alert. Ja, geil. Mach, auf geht's. Oh Gott. Eine Stream-Ankündigung. So was gibt's bei mir nie. Sehr schön. Zehn neue Follower dafür. Geil. Oh Gott, Verschwörungstheorie. So funny thing. People arguing about whether they're real or absolute bullshit. I never get tired of it. Sie findet die Schwurbler auf Twitter gut? Okay. Okay. Ja, du bist voll logisch. Was? What if the government made you a nerd? Lust? Lass uns rausgehen. Wir machen irgendwas. Nerd Culture. Ja, auf geht's. Auf den Schuss, Joe. Die Regierung ist schuld. jetzt will sie ein aquarium die will immer irgendwas haben die weiß aber nicht was sie will ihr liebe und jetzt ganz ehrlich so hat sie gerade mag mich nicht ja anything sorry bei mir zum ice cream and also give you ok ok da sagt sie nichts mehr dann frühst du jetzt halt ach so haben wir mussten nicht spielen haben wir über nacht gerade weg hier wie plane jetzt ja wir sind echt toll wir sind richtig gut ja ja mach let's play ist voll ok 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 gut schön wir sind uns einig ich glaube wir müssen echt zu diesen mieter zahlen kommen have a girls night out at a love hotel phoenix down ich finde die macht mich voll traurig ich mag die nicht mehr i hated sticker dann mache ich noch mal okay verzeih dir ja ich bin echt nett so schön was machen wir denn mit ihr ich glaube wir geben mir einfach eine pille du sollst zwei nehmen da steht zwei am tag ich glaube zwei am tag ich glaube ich glaube zwei am tag sind bisschen viel ich glaube zwei zwei am tag sind bisschen viel mental darwinst geht absolut hoch mach trotzdem ich glaube auch dass da ein bisschen schwierigkeiten sind der fixer who controls the entire world was wer auch immer du bist du bist excited gut mach mir angst gut auf beide sagen kannst du antworten fertig don't go too deep you're waiting into this great choice hä sag ihr nicht dass die da zu tief also nä ich bin doch bist du ich bin doch bist du ich bin doch auf die dieben and you keep this up halt die fresse das hat aber nicht so viel gebracht ich bin jetzt nicht so begeistert von dem stream ich bin ich bin oh mein god ja城 sehr schrecklich dass dich jemand nicht kennt die jeder muss sich kennen du arme so m Movement als die zweiten kinderserie sowie war es toll oder nicht schon wieder... Warum... Guckst du, als hättest du einen Horrorfilm geguckt? Gut, weg damit. Sehr begeistert von dem Typ. Ich finde die Scheiße. Ich will eine andere Freundin. Ihr Liebe, tschüss. Mann, jetzt nerv mich nicht. Ja, schön. Hau ab. Deine Mental Darkness gefällt mir halt auch überhaupt nicht, ne? Gamer Girl geht hoch. Auf geht's. Was? 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 Wie fast? Ich habe nur dieses Spiel gespielt, wo du einen Big Shot, who has global influence or whatever. I actually got so into it. Ended up skipping meals and stuff. Ach ja. Die nervt mich. Die... Guck mal, wie die mich zuspammt. Conspiracy theories. Wird ihr jetzt Schwurblatt-Streamer? Time for dinner. I'm serving up salad fingers. With a rusty spoon. Die scheißegal. Hör auf, mich zu schreiben. You should care. Nö. Ich mag die nicht. Oh, die Mental Darkness geht mir da viel zu hoch. Aber wir machen's. Los. Oh. Wer ist Napoleon? Erklär mal, wer Napoleon ist. Sale könnte auftauchen. Hört auf. We're gonna only taking action. Gegen mich? That's scary. I want to live in an equal society. Okay, was sagt sie dazu? Die hat einfach nur nette Leute. Hä? Ich bin runtergefallener Engel. Zumindest haben wir das bei Pokémon. I didn't come here for politics. Ja, dann geh halt. Pff. Mann. Also. Keine Zeit. Ja. Shaky. Das ist okay. Zwei nur Twitter-Rass. I want to get a huge rest. Ja. Passt schon. Eine Amazon-Wishlist. Bath bombs, costumes, and expensive. Wenn's aphrotisier kommt. Was? Nein. Ein teures Mikrofon. Komm. Gut. Okay. Schön. Thanks for the zero effort. Ich gehe gleich. Ganz ehrlich. Warum geht die immer? Warum gehe ich nicht? Dafür musst du heute auf Social Media. Hier. Guck dir an, wie scheiße du bist, ja? Strange stories. Ja, hör auf. Hör auf, mich voll zu labern. Ich hasse dich. Boah, ich hasse die wirklich. One shake per day. Stop's crap. Natürlich, wie viel Außerlust. Nee. Nee, mach das weg. Ich will das nicht nehmen. Ich will das nehmen. So. Ihre Mental Darkness ist so hoch. Aber sie hasst mich halt auch. Ich finde die wirklich schrecklich. I don't care. I don't care. Lass mich in Ruhe. Und jetzt stream, du blöde Kuh. Stress geht mega hoch. Weißt du, mach doch, was du willst. Ich putze ja eh keinen Effort rein. Und du bist so hoch. Und du bist so hoch. Pack deine Sachen und fährst. Ja, wirklich. Ich glaube, wir müssen mal wieder bumsen. Hey, ich habe auf Don't Cry gedrückt. Es gibt jetzt, ich habe keinen Bock mehr auf dein Gesicht. Es reicht mir schon, dass du mich zuspamst. Und dann soll ich auch noch deine Streams ertragen. 969. Das heißt, wir können noch nicht. Das heißt, obwohl doch. Wir bumsen jetzt. Ihr Stress ist super hoch. Aber wir kriegen die Follower auch nicht hoch. Die blöde Kuh soll sich mal nicht so anstellen. Okay. Okay. Stream. Wir müssen einfach nur jeden Tag bumsen. Und dann Stream. Ich glaube, sie. Das Problem ist, wir müssen halt auch was gucken. Naja. Onstream bumsen. Nee, dann werden wir gesperrt. Ich glaube, auch YouTube mag das nicht. Naja, wir skippen. Easy einfach gedodged. Alter, ihr Stress ist der Wahnsinn. Okay, wie. Aber es ist schon Tag 7. Wir kommen niemals auf die. Wie soll ich denn jetzt streamen, Mann? Es ist schon Nacht. Wir können nicht streamen. Guckt mal ihren Stress an. Ach, scheiß drauf geht noch. Auf geht's. Auf geht's. Wieso hat sie eine Brille auf jetzt? Vielleicht passiert was Lustiges. Ich finde, das ist ein schöner Abgang, ne? Wenn man eine Sache auf 100 an, das stimmt. Ich liebe Animal mit kleinen Mädchen. Hehehe. I see what you did there. Hä? Die waren alle nett? Warum waren die alle so nett? Ist mir egal, dass du gestresst bist. Halt durch. Wir müssen Miete zahlen, Vibe. Time to gather. Ich muss halt den Stress wirklich reduzieren, ne? Das ist gut. Oh, Therapie. Auf geht's. Auf geht's. Therapie machen. Das ist Cheaten. Therapie und danach streamen. 24 Stunden streamen gegen den Stress. Das wäre gut. Das wäre eine gute Idee, echt. Komm. I hate this. Das ist mir scheißegal, was du willst und was nicht. Hä? Wieso kann ich nicht streamen? Bist du so? Ich kann gar nichts machen. Hm. die kommt einfach immer wieder hör auf ich kann nichts mehr machen also ich möchte jetzt nicht sagen aber ich glaube das spiel ist gecrasht es ist nämlich eigentlich tag und nacht und ich kann nichts machen sie ist weg ich habe sie gelöscht wir sind wieder single